So, nochmal hallo ihr Hübschen und diesmal mit dem Vollmond-Orakel. Wir haben Vollmond in der Jungfrau und ziehen morgen in die Jungfrau-Energien ein. Deswegen bekommt ihr heute schon das Vollmond-Orakel und anhand der Kartenauswahl sehen wir schon, es geht darum, dass die astrologischen Energien, das ist ja auch wieder geil, ja, aber die aktuellen Planetenkonstellationen sich hier über Mutter Erde, im Energienetz, im Wurzelsystem verteilen. Wie, wisst ihr, erzähle ich euch ja immer wieder, übers Herz, Energiezentrum ist das Herz. Vom Herzen aus arbeiten die Adern, ja, pulsiert das Leben in euch und die Adern, die Wurzeln des Baumes ist nichts anderes, ja. Ihr nehmt es über die Erde, über Nahrung, über Trinken, ne. Wir hatten in dem Zusatz-Orakel, das sind ja gerade die Energien, die sich verteilen in dem Zusatz-Orakel, Venus in die Fische und Mars im Zwilling, hatten wir ganz viel Trinke, 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 ne. Reinige dich auf beiden Seiten liegen, ja, und darüber nehmt ihr halt die neuen Energien, die sich im Erdnetz verteilen wollen und wir hatten auch, der Baum steht ja auch für die Gesundheit, für den Lebensweg, für die Stabilität, für die Verwurzelung etc. pp. Und das hatten wir ja alles im Zusatz-Orakel auf der Herzebene liegen, ja. Und diese Energien möchten jetzt halt ins, ja, ich nenne es ja immer Gitternetz, ja, ins Gitternetz einfließen. Und zwar anscheinend, wenn ich mir die Rückseite der Kartendecks angucke, bis ihr, ne, einfließend, einströmend, ja, das dauert dann jetzt so, bis sich wieder alles dementsprechend verteilt hat, ne, alles überall angekommen ist, ne, im, was wir gerade schon aufgezählt haben, ne, übers Wasser, ne, Wasser war ja, äh, im Zusatz-Orakel die, die, äh, krasse Thematik dann halt, ne, reinigen, duschen, trinken und so weiter und so fort. Äh, dauert anscheinend vier Wochen, ne, drei bis vier Wochen, weil wir haben hier bis, äh, zur Widderzeit, ja, und Sternzeichen Widder ist ja dann ab dem 21.03. Was möchte da? Da möchte dann was? Hier, ne? Beides einfließend, einströmend, ja, was möchte dann passieren? Da möchte etwas zurückkommen. Und was möchte da zurückkommen? Liebe. Liebe. Gucken wir rein. 21.03. Was haben wir denn da? Ja, guckt mal, was haben wir da? Das ist schon wieder ein Knaller, ne? Da haben wir das Wochenende der Frühlingstag und Nachtgleiche, ne? Fest der Fruchtbarkeit, Ostara, hier. Und ihr zieht dann auch weiter in den Widder. Bis dahin gilt anscheinend diese Legung, ja, die ist dann jetzt nicht nur für diese Vollmondphase. Oder sie wird sich dann erst, ja, weil es jetzt einströmend ist, ins Energienetz zeigen. Aber das werdet ihr dann die nächsten zwei, drei Wochen für euch selbst besser beurteilen können, ne? Würde ich sagen, würde ich sagen, jetzt mal wieder zurückkommen hier zu unserem Vollmond in der Jungfrau. Aber wie passend wieder, ne? Hier schaut mal, haben wir auch, ne? Samstag haben wir ja hier den Vollmond und den Tag des Marses, ne? Und das habe ich euch ja erzählt, ne? Dass das eine dementsprechende Rückkopplung gibt. Und die Rückkopplung gibt es dann anscheinend Ostara, ne? Tag und Nachtgleiche. Da kommt dann, zeigt sich, wie fruchtbar das war, ne? Tag und Nachtgleiche, Licht und Schatten, ne? Weiblich, männlich, kommt dann ein entsprechender Ausgleich. Hier schaut mal. Und den Tag der Gaia, ne? Hier. Das Erdennetz strömt es ein. Ja, krass. Vielleicht hätte ich einfach nur fragen sollen, was? Ich habe jetzt eine Nähe-Distanz-Lehung gemacht, ihr Hübschen. Ich habe hier gefragt, ja. Hatte auf die Vollmond-Phase gefragt. Ja, jetzt wurde ich wieder eines Besseren belehrt. Ja, selbst ich denke immer noch viel zu klein, ihr Hübschen. Aber ich habe hier gefragt, ja. Nähe-Distanz, ne? Wo liegt hier Einigkeit? Wo liegt Uneinigkeit, ja? Warum herrscht gerade eine Distanzierung, eine Distanz, ja? Oder was ist es für eine Distanz? Mal gucken, was wir dazu gesagt bekommen. Und dann habe ich gefragt, was kann daraus in dieser Vollmond-Phase entstehen, ne? Ja, müssen wir jetzt einfach mal gucken. Schauen wir mal rein. Also, wo herrscht Einigkeit? Über, das ist sehr faszinierend, weil ich eine Nähe-Distanz-Lehung gemacht habe. Geht es hier jetzt nicht um, ach so, Mensch, ihr könnt, ich muss echt mal ein bisschen mehr darauf achten, dass ihr das auch alle seht, ne? Entschuldigt bitte. Geht es hier nicht um die Kommunikation, ja? Ja, sondern um das Gedankengut, ja? Das Gedankengut ist gleich. Aber Merkur steht ja auch immer für Vergangenheit, ja? Das heißt, das Gedankengut im Hier und Jetzt ist gleich, aber in der Vergangenheit hat sich eine Distanzierung gezeigt, ne? Nähe-Distanz. Und die Frage ist dann wohl, kann die wieder aufgehoben werden, ja? Und wir hatten ja auch gerade erst den rückläufigen Merkur, ne? Der ist ja letzte Woche erst vorbeigegangen. Das heißt, wenn wir hier die Position haben, wo die Einigkeit herrscht, ja? Dann liegt die Einigkeit in dem Gedankengut, dass man sich aneinander gebunden fühlt, ja? Das hat dann der rückläufige Merkur wieder gezeigt. Einigkeit herrscht auch darüber, und das ist alles im Gedankengut, ne? Also werdet ihr wahrscheinlich, wenn mein Hauptaugenmerk auf das Gedankengut gerichtet wird, wahrscheinlich keine klare Kommunikation darüber geführt habt, ne? Das ist die Einigkeit im Gedankengut, ja? Dass man sich an den anderen gebunden fühlt, ja? Und alles Weitere wird die Zeit noch zeigen. Schaut mal, hier haben wir wieder Mars. Hier haben wir wieder Mars. Ja, aber Mars zieht ja auch, ne? Ihr seid jetzt zwar schon in die Fische gezogen, ne? Aber Mars zieht dann ja auch erst nach dem Vollmond, also am 4.3. nächste Woche in den Schwilling, ne? In die Rückkopplung, ja? Ja. 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 Ihr seid euch, wir sind immer noch auf der Position, wo ihr euch einig seid, ja? Ihr seid euch einig darüber, dass das göttlich-männliche da ein Erwachen braucht, ja? Eine Idee braucht. Das ist total faszinierend, ja? Müsst ihr euch mal überlegen, ne? Ihr seid euch in den Gedanken einig darüber, ja? Dass, also ihr wie euer Gegenüber, dass das göttlich-männliche hier einen Aha-Effekt braucht, ein Erwachen braucht. Das wisst ihr genauso wie euer Gegenüber. Das ist ein Feld der Einigkeit. Ihr hegt da also komplett die gleichen Gedanken. Finde ich krass. Und hier deswegen, ähm, das göttliche Timing, ja? Wo seid ihr, oder was macht ihr auch gerade beide, ja? Wo seid ihr euch auch einig, ja? Dass man jetzt gerade in sich hineinlauscht, ja? Oder ihr seid euch einig darüber, dass das Gegenüber in sich hineinlauschen darf, kann, muss, sollte, um herauszufinden, was hinter diesen Gefühlen steckt, ja? Hinter seinen Gefühlen steckt, ja? Und, ähm, ihr seid euch auch einig darüber, dass wenn man an den Erfolg glaubt, ja, auf ein Happy End setzt, dass es dafür Vertrauen, dass dafür Vertrauen notwendig ist, ja? Und Vertrauen, ähm, kann man aufbauen, wenn man ganz klar weiß, ja, wenn man für sich herausgefunden hat, ja, was man fühlt, ne? Und, ähm, und, ähm, ganz klar diesen auch folgen kann, ne, wenn man weiß, was man will, wenn man weiß, was man fühlt, ja? Und ihr seid euch aber dummerweise auch einig darüber, dass, äh, diese Basis gerade halt eben noch nicht geschaffen ist, ne? Also, ihr seid, ähm, da gerade beide im Misstrauen, ja, und müsst deshalb in euch reinlauschen und, ähm, herausfinden, was da noch hinter den Gefühlen steckt, ne? Also, glaubt ihr an den Erfolg? Nein. Habt ihr gerade Vertrauen auf ein Happy End? Nein. Da seid ihr euch einig, ja? Trotz alledem wisst ihr, dass diese Bindung da ist, ja? Ganz genau, ne? Das Probleme sind einfach, ähm, zu große Bedenken, ne? Hier, das ist halt das Gegenteil von dem, äh, Vertrauen auf Erfolg, ne? Habt ihr, äh, Vertrauen auf einen Erfolg und glaubt ihr an ein Happy End? Nein. Und ihr wisst auch beide, dass man, äh, das erst wiederfinden muss, ne? Da, ähm, die Gefühle wiederentdecken darf, ne? Um, ähm, da die Bedenken über Bord werfen zu können. Und das ist so ein, äh, Aha-Effekt, der anscheinend beim göttlich-männlichen liegt. Und das wisst nicht nur ihr, sondern, äh, das ist die übereinstimmende Energie, ja? Das wisst nicht nur ihr, das weiß auch, äh, der andere. Ja, hier, da seid ihr euch im Geiste. Was haben sie hier schon die ganze Zeit gesagt, ne? Es geht um das Gedankengut, ja? Ähm, total beieinander, ja? Das Problem ist halt nur, dass, ähm, ihr beide nicht daran glaubt, dass diese Bedenken aufgrund Merkur, aufgrund der Dinge, die in der Vergangenheit passiert sind, nochmal über Bord geworfen werden könnten. Das ist, äh, gerade die übereinstimmende Meinung, wo ihr, äh, gleichzieht, sozusagen, ja? Ja, ist natürlich eine ungünstige Basis, würde ich sagen, ne? Okay. Gut. Oder auch nicht gut, ne? Das ist, äh, ja. Da seid ihr euch jedenfalls sehr einig, ja? Wo seid ihr euch denn uneinig? Ihr glaubt nicht daran, wo seid ihr euch uneinig, dass das eine tatsächliche, äh, Spiegelung ist, ne? Das, hier, guckt mal. Und da haben wir ja, ne? Die Spiegelung, die Rückkopplung. Aber was, was ihr da tun könnt und das Lösungsangebot dafür und so, das habe ich ja alles in dem Zusatzorakel geklärt, ne? Da steige ich jetzt nicht nochmal ein, ihr Hübschen, ja? Ja, aber das ist das, wo ihr euch nicht einig seid, ja? Dass ihr da tatsächlich, äh, das Gleiche denkt. Das ist krass. Ihr seid euch uneinig darüber, dass es hier tatsächlich, äh, der Sommer steht für Leidenschaft, Geborgenheit, Wärme, ähm, ja. Ja, Lebensfreude, für die, 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 da ist, ähm, ja, der, 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 der Höhepunkt, ne, der Jahreshöhepunkt, der höchste Stand der Sonne, ne? Ja, ihr seid euch uneinig darüber, dass das tatsächlich eine Spiegelung der, äh, Energien ist, ne? Die Sonne steht ja immer für die Energie, ne? Das könnt ihr euch nicht vorstellen, ja? Ja, dass ihr da die tatsächlichen, äh, dass ihr da die gleichen, das ist ja krass, dass ihr da die gleichen, äh, Träume und Wünsche habt, ja, ähm, und das ist einfach nur eine Spiegelung, eine Rückkommnung von dem ist, äh, dass die noch in Erfüllung gehen könnten. Ihr seid beide im, im Misstrauen, ne, dass, äh, sich das alles nochmal irgendwie zum Guten wenden könnte. Und Uneinigkeit auch über den richtigen Zeitpunkt, ne? Ihr wahrscheinlich so, äh, wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Wird mir so gegeben. Und, äh, der andere Beteiligte so, nee, ich muss erst mal, damit es keine Wiederholung wird, ne? Hier meine ganzen Sachen regeln und klären, ne? Was wir in, in den ganzen letzten Zeit immer hatten, ne? In den Tagesimpulsen, es war ja alles Mögliche, ja? Oder auch in den Zusatzorackeln, ne? Dreierkonstellationen, Affärenkackalakack, ja, berufliche, finanzielle Sachen, ja? Das ist alles, und, ne, weil das ist ja das Feld der Uneinigkeit, ne? Der eine sagt so, ähm, ne, wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Und der andere so, ne, bis zum Sommer muss ich erst mal meinen ganzen Schüsseler Wengel in Ordnung bringen, ja? Weil ansonsten wird das hier nur ein Merkur, ne? Ne, ne, ne Wiederholung, ja? Und Wiederholungen sind niemals von Erfolg geprägt, ne? Und ich denke mal, dass ihr alle ein Alter habt, wo ihr diese Erfahrung hin schon selbst gemacht habt, ne? Und ihr dann vielleicht so, ne, ja, aber das kann man doch auch zusammen angehen, ja? Das sind doch Probleme, die könnte man ja vielleicht auch zusammen lösen, ne? Wenn da einfach nur eine dementsprechende Spiegelung wäre, ne? Und der andere so, nee, das kann man nicht zusammen lösen, ja? Wie willst du denn bitte schön meine, meinetwegen bei einer Dreierkonstellation, ja, meine Ehe scheiden? Das muss ich schon alles selber lösen, ja? Und wie willst du? Und das war ja auch der Grund, weshalb wir euch die ganzen letzten Orakel immer in die Position der Hohepriesterin geschickt haben, ne? Richtig, du bist nicht Teil davon, ja? Aber das ist halt nun mal das, wo keine Einigkeit herrscht, ja? Wo ihr euch uneinig seid. Wie man zu der Erfüllung dieser Träume kommt. Ihr seid euch uneinig über den richtigen Zeitpunkt, ne? Der eine sagt, man kann das von Anfang an zusammen lösen und der andere sagt, nee, ich muss den ganzen Scheiß erstmal für mich in die Klärung bringen, ne? Hier. Ja. Da liegt halt die Uneinigkeit. Okay. Ja, kann ich, äh... Also für mich ist nachvollziehbar gerade so. Gut. Warum haben wir denn diese Distanz, ja? Ja, ganz genau. Weil Dinge halt erstmal in die Veränderung, ach so, in die Veränderung gebracht werden müssen, ja, bevor da etwas erwachen kann. Ja, und anscheinend beim, äh, beim göttlich-männlichen, ne? Hatten wir ja hier. Das ist ja der Punkt, äh, faszinierenderweise, wo ihr euch dann doch einig seid, ne? Nur ihr möchtet vielleicht von Anfang an Teil davon sein, ja? Weil da herrscht dann ja, wie gesagt, ne? Über den Zeitpunkt herrscht ja wieder Uneinigkeit, ne? Hier guckt, und das ist ja das Gleiche, ne? Deswegen herrscht hier Distanz. Der eine möchte das gemeinsam lösen, und der andere möchte das alleine erstmal in die Klärung bringen für sich. Das ist der Grund. Okay. Ja, ganz genau. Um, ähm, damit ihr da eine bereinigte und geklärte Situation empfangt. Hier, das ist das Zusatzorakel, ne? Venus in Fische, Mars in Zwilling. Ja, ganz genau, hier. Um eine Union zu bilden, ähm, kann man nur, ne? Das geht halt nur für das Gegenüber, aus dem Blickwinkel, ne? Wir hatten ja hier überall liegendes, göttlich-wendlichen, ja? Ähm, das geht halt nur, wenn man, ähm, wenn ihr auf euch zukommt, ja? Die, diese Verbindung gereinigt und geklärt und, ähm, weiß nicht was empfangen könnt, ja? Und die Distanz ist da, weil das den einen, äh, sauer und wütend macht, ja? Und den anderen, ähm, das ist echt krass, ne? Und den anderen, ähm, ja, viel zu, viel zu beschäftigt ist, das ist das Zusatzorakel, viel zu beschäftigt ist, um sich jetzt auch noch hier mit, äh, Wut und Enttäuschung und Schüsselerrängen befassen zu können, ne? Deswegen, ja, ähm... Die Position der Hohepiristerin einnehmen, ne? Wo es die letzten Wochen drum ging. Und das ist halt wieder typisch, ne? Für Vollmond, wisst ihr ja, dem Vollmond geben wir immer etwas ab, ja? Ja, lassen wir etwas los, ne? Und, ähm... Da geht es jetzt um Merkur, ne? Um Vergangenheit, um Druck, um Opfer, Retter, Täterrollen. Wisst ihr, haben wir ja in den ganzen letzten Orakeln besprochen, ne? Da geht es jetzt wirklich, komm, lass das einfach los, ja? Lass das los, das Leben ist viel zu wertvoll, ne? Ja? Verderb es dir jetzt nicht, das ist so, geh in, hier hatten wir auch, ureigene Folge und Vollkommenheit, geh in Akzeptanz und Annahme, du kannst es nicht ändern, ja? Es ist, wie es ist und du kannst auch niemanden dazu zwingen, ne? Dich, bitteschön, ja, bist du dieserjenige, welche da alles, äh, gemanagt, geklärt und gereinigt hat, ja? Ja, ähm, dich daran zu beteiligen, ne? Und das sind, äh, hier die beiden Welten sozusagen, die aufeinanderprallen, ne? Die sozusagen diese, ja, das ist die Erklärung für Nähe, Distanz, ne? Eine unterschiedliche Auffassung vom Lösen der Probleme. Der eine will hier gemeinsam an einem Strand ziehen und der andere will, bevor er etwas Neues in sein Leben lässt, das Alte erstmal bereinigt wissen, bereinigt und geklärt wissen. Um keine Wiederholung aus der Vergangenheit zu drehen. Die nämlich, weil der Lerneffekt da war, ja, oder da ist, dass diese nicht von Erfolg gekrönt ist. Ja, ist ja eigentlich gut, ne? Nervt, ne? Kann ich mir gut vorstellen, nervt. Aber, äh, kann man halt nicht ändern, ne? Kann man nicht ändern und, ähm, sich das Leben damit zu verderben, das ist, äh, nein. Das ist zu wertvoll. Aber das zu verstehen, hilft bestimmt beim Vergeben. Und deswegen sende ich diese Botschaft in die Welt. Ich verstehe. Danke. Bis daher, ich brauche auch immer einen Moment, um, äh, dann herauszufinden, wieso ich irgendwelche Legungen machen soll, aber der Moment ist gerade da. Ich habe verstanden. Gut. Was, äh, kann denn, war meine eigentliche Frage, ja, was, äh, was kann denn in dieser Vollmondphase daraus resultieren? Aber jetzt wurden wir ja schon, ähm, eines Besseren belehrt, ne? Dass hier, ähm, eine Rückkehr eigentlich erst mit der, mit der Widderzeit, ne? Ist ja wieder so passend, ne? Widder ist, äh, Ostern, Ostern ist Wiederauferstehung, ja? Ja, ähm, angezeigt ist, ja? Aber ich habe jetzt halt auf diese Vollmondphase gelegt. Also gucken wir mal rein. Nja, was ist da, ja, in dieser Vollmondphase steckt es halt eben noch fest. Ja, wieso, weshalb, warum, haben wir, haben wir mit der Legung erklärt, ne? Es steckt fest. Es steckt fest im Sumpf, ne? Und dieser Sumpf, ach, aus diesem Sumpf muss, darf, kann, sollte sich befreit werden. Ja, aber das, ähm, da wird das Hauptaugenmerk aufs Geheimnisvolle gelegt, ne? Ja, das heißt, das ist in dieser Vollmondphase für dich auch, naja, ich habe es ja jetzt ein bisschen gelüftet, das Geheimnis, ne? Ich habe jetzt, Entschuldigung, ich habe jetzt ein bisschen die Schleier gehoben. Aber, das, ähm, deswegen herrscht hier ja auch die Uneinigkeit, ne? Weil eben nicht drüber gesprochen wird, ja? Sondern weil es nur als Gedankengut, ne? Als Energie existent ist, ja? Es bleibt halt während dieser Vollmondphase sozusagen noch ein Geheimnis. Entschuldigung, mal abgesehen von dem Teil, den ich, wo ich jetzt so ein bisschen die Schleier gelüftet habe, ja? Ne? Also, es ist halt noch, es bleibt halt alles noch im Verborgenen, es steckt halt noch fest, ne? Es ist halt in dieser Vollmondphase hier sozusagen noch eine Dürre angezeigt, ja? Wieso, weshalb, warum? Ja, weil da erstmal, hier, guckt mal, ne? Weil dieser dürre Boden erstmal mit Wasser getränkt werden muss, ja? Ist ja schon wieder geil, ne? Passt, ich liebe es, ja? Ich liebe es, mit euch zu leben, ihr Hübschen. Ja, es steckt fest. Ja. Und dadurch, dass es feststeckt, ne, und sich da die Schleier nicht lüften und nicht drüber gesprochen wird, habt ihr in dieser Vollmondphase halt das Gefühl der Einsamkeit, ja? Kümmer dich um deine Freunde, pflege die Bande der Freundschaft, was anderes bleibt dir in dieser Vollmondphase, halt. Über andere Dinge, ne, über Ergebnisse, über Sichtbarkeit, über Wiederauferstehung sprechen wir dann halt in der Wiedererzeit, ja? Ist, wie es ist. Was soll ich euch da anderes sagen? Gut. Hätten wir das auch geklärt, haben wir den einen oder anderen Schleier gelüftet, hoffe ich mal, ja? Und wenn ihr diese Nähe-Distanz-Legung für eure persönliche Situation haben möchtet, stelle ich euch einen entsprechenden Link unten rein. Und ansonsten hören wir morgen früh mit einem neuen Tagesimpuls. Bis dann. Soham. Soham. Soham.